Was willst du von mir? Was ist los? Was ist los? Ihr habt 2,7 Millionen Abonnenten auf TikTok gelöscht. 2,2 Millionen auf YouTube. 1,2 Millionen auf Insta, wo ich 200k in einer Woche gemacht habe. Bro, schau diese Stats an. Deine Mutter, San Diego's Mutter, San Diego's, San Diego's, San Diego's Großmutter und seinen Großvater, Pidaras, der nicht mal ein Mann war, bro. Das ist verrückt. Im ganzen Leben, was ich in einer Woche mache. Und ihr habt den Account gelöscht. Alles gut, bro. Ich mache neue 12.000. Man in the mirror. Jetzt ist jeder Peach, der sich in den Spiegel anschaut, an selben Schmerz denkt wie ich und stark bleibt. Ich und ich bei ihm. Momentane Teleportation, Asahbi in dein Arsch. Verstehst du, bro? Und das fackt ab. Ich weiß, ich weiß. Aber, bro, warum ist Goku, Goku? Mann, Alter. Und weißt du, was man dann traurigerweise versteht? Man denkt, ich habe mich als Kind immer gefragt, warum ist Goku so lange nicht zu Hause? Und wie machen sie sextechnisch? Und ich habe mich immer gefragt, wie kann ein Saijin, eine normale Frau, die wird doch sterben. Wahrscheinlich war das genau das Problem. Du bist ein beschissenes Seestern. Du bist immer wie ein Seestern da gelegen, bro. Ich bin ein Tier, ein Psychopath, Bruder. Ich esse deine Knochen mit Kanjavi. Verstehst du? Montana Black, Farids Mutter. Egal, wer dich beschützt. Shirin auf Bühnes Vater. Jede Zeitung. Denkst du nicht, dass ich der krasseste bin, wenn meine Ex so viel Wert hat jetzt, weil ich sie wegge... Digga, was... Bruder, das ist wirklich das verwirrteste Zeug. Das ist wirklich ein verwirrter Tor. Worum geht es da? Was will man das jetzt damit sagen, Digga? Das ist ja überkrass, das ist in seiner Frau richtig... Check mal doch mal, wie er es angefangen hat, gerade dieser Redefluss, und wo der hingegangen ist. Das ist super Saijin, die fragt mich, wie die... Ja, ehrlich. Das ist wirklich...